Liebe Freunde auf YouTube, mein Name ist Dominik, ich bin Rechtsanwalt und heute wollte ich mit euch mal so ein bisschen über das Thema Legal Tech sprechen, also Legal Technology. Ich weiß nicht, ob das von dem einen oder anderen von euch schon ein Begriff ist. Letztlich geht es darum, dass auch die Rechtsberatungsbranche, die ja, sagen wir mal, so ein bisschen angestaubt ist und so ein bisschen sich auf ihren, ja, auf ihrer Situation, auf ihrem Status Quo immer ausruht und sagt, naja, wir, man braucht uns Anwälte halt, wenn man vor Gericht geht und wir haben halt so dieses Wissensmonopol. Das wird gerade so ein bisschen auf die Probe gestellt durch die Digitalisierung und die Digitalisierung hat ja schon ganz, ganz viele Branchen komplett auf den Kopf gestellt, sei es irgendwie, was weiß ich, wie man ein Taxi bekommt, denkt an Uber, denkt an Airbnb, denkt an, wer geht heute noch ins Reisebüro, um sich eine Reise zu buchen, sondern das passiert alles online, jeder Flug und so weiter, das passiert alles online und da gibt es gerade in letzter Zeit, ist das so ein riesen Hype-Thema unter Anwälten und im juristischen Markt, dass es halt mittlerweile auch Start-ups gibt, die in gewisser Weise juristische Dienstleistungen anbieten. Ich denke an Flightright zum Beispiel. Flightright macht also Schadensersatzansprüche geltend für euch, wenn, also wenn ein Flug Verspätung hatte, in einem bestimmten Umfang, dann habt ihr einen Anspruch auf Schadensersatz gegenüber der Fluggesellschaft und Flightright ist ein Start-up, was diese Rechte gegenüber der Fluggesellschaft geltend macht und dafür einen Teil dieser Vergütung einbehält. Das gibt es auch in anderen Bereichen, das gibt es auch bei Bahnverspätungen, es gibt ein paar Start-ups, die dabei helfen, den richtigen Anwalt zu finden oder die dabei helfen, juristische Fragen zu beantworten, zum Beispiel frag einen Anwalt und so dieser ganze Bereich, alles was so im Prinzip diese Verbindung aus Digitalisierung und Juristerei ist, das ist so Legal Tech und auf diesem Vortrag gestern war der Altersdurchschnitt war ein bisschen, ja, wie man sagen, so zwischen 40 und 50, vielleicht sogar noch, ja, so um die 50 vielleicht sogar und man hat gemerkt, die Leute sind sehr ängstlich einfach, die haben Schiss, weil sie Angst haben, dass ihnen jetzt so das Geschäft wegbricht und man hat Angst, Digitalisierung heißt auch immer Transparenz, das hat ja schon ganz viele Branchen einfach erwischt. Man denkt so, durch die Transparenz geht mir viel Geld flöten, weil ich kriege 1000 Euro für die Dienstleistungen und im Internet bietet irgendein anderer in Deutschland vielleicht für 100 Euro an, das heißt, wie soll ich da noch konkurrenzfähig arbeiten, wie ist das mit der Haftung und so weiter, also das waren sehr ängstliche Fragen auch und die Leute haben auch gemerkt, die tun sich wahnsinnig schwer im Internet da so, das was für die jüngeren Generationen und für alle diejenigen unter euch, die jetzt gerade am Anfang des Studiums sind oder sogar noch in der Schule sind, für euch wird das völlig selbstverständlich sein, dass in irgendeiner Weise juristische Dienstleistungen online in Auftrag gegeben werden, aber gerade für die älteren Kollegen ist das ein Riesenschritt und ich würde sagen, ich bin gerade so mittendrin, bin jetzt auch noch nicht seit 100 Jahren Anwalt, aber halt auch nicht mehr der ganz allerjüngste, bin keine 20 mehr, aber das bedeutet, ich bin ein bisschen, also mir macht es Spaß auch darüber nachzudenken, wie verändert es, was gibt es denn vielleicht für Möglichkeiten, wie man sich da auch, wie man ein neues Startup an dieser Stelle, an der Schnittstelle irgendwie aufbaut, ich finde das eher herausfordernd, also ich finde das macht Spaß, aber die älteren Kollegen, die halt eher schon so seit 30 Jahren irgendwie ihren Beruf ausüben auf die Weise, wie sie es machen, die halt schon mit Kanzlei Software wahrscheinlich ein Problem haben, die überhaupt die Organisation steuert, wie sollen die jetzt irgendwie über das Internet Mandate akquirieren, wie soll das funktionieren? Ich glaube, und das wollte ich euch in diesem Video einfach nochmal sagen, die Jüngeren, die jetzt gerade anfangen Jura zu studieren oder am Anfang des Studiums sind, ich glaube nicht, dass das wirklich eine Bedrohung ist und dass wir in Zukunft weniger Anwälte brauchen, sondern ich glaube, dass gerade diese Digitalisierung und diese Veränderung der Branche dazu führt, dass wir einfach in diesen Firmen viele Leute brauchen, die einen juristischen Background haben. Das müssen nicht immer Volljuristen sein, ist ja das, was ich immer sage. Ich glaube nicht, dass jeder, der in einem Legal Tech Startup arbeitet, unbedingt Jurist sein muss, aber mit einem juristischen Hintergrund. Und das kann ein, was weiß ich, wirtschaftsjuristisches Studium sein oder vielleicht ein Bachelor, man muss nicht Volljurist sein, man muss nicht zwei Staatsexamine haben, um in dem Bereich zu arbeiten. Aber ich glaube, dass da einfach ein verstärkter Bedarf an juristisch vorgebildetem Personal, juristisch vorgebildetem Personal gefordert wird, gesucht wird. Und deswegen halte ich es nach wie vor für richtig und wichtig, Jura zu studieren, auch wenn manche einer sagt, so Jura, es gibt schon so viele Anwälte, wo soll das hinführen? Denn wir stehen jetzt, glaube ich, auch so an einem Punkt, wo in zehn Jahren wird, glaube ich, der Rechtsmarkt komplett anders ausschauen als heute. Das heißt, was die Größe der Großkanzleien angeht, was sie mit ihren Leuten machen, auch wie der Einzelanwalt arbeitet und halt auch, was man an Dienstleistungen überhaupt so im Internet bekommt. So viel kleiner Einblick ins Thema Legal Tech. Schreibt mir doch gerne unter die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt, ob ihr schon mal davon gehört habt, was so eure Gedanken sind. Und ja, freue mich sehr, darauf, die zu lesen. Und dann, wir sehen uns bald mit einem neuen Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Und ja, wir sehen uns bald hier mit einem neuen Video. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Euer Legal Tech, Dominik.